was was wo bin ich was zum drei spielhalle pony island nein und ich wieder rein starte spiel ich weiß nicht ich bin mir gar nicht sicher will ich das starte spiel natürlich startet das spiel wieder tach freund mein name ist und heißt poni island du spielst als ein wunderschönes poni vorlockend und über tor springen aber geredet probiere es aus hier kommen ein paar toren klicke mit der maustaste hinzuspringen sieht ja das wunderbar aus gesehen von dem satans ding hier halte die rechte maustaste um einen schwein luft zu pusten das wirst du brauchen um schmetterlinge weg zu pusten viel kinderfreundlicher sehr gut flügel greifst etwas vor ob es nicht war du hast mich das nicht mal erklären lassen ja wie denn auch ich musste agieren ist ok auch ohne island gut den bösen haben wir jetzt besiegt und jetzt spielen wir ein gutes spiel oder was unser erster tod naja erster tod es gibt keinen fortschrittspiel und das ist das blöde ich weiß nicht wann ich am ziel bin ah hier na komm ab zum ziel es ist jetzt doch nicht schwierig ok warte gehts nichts level da habe ich doch schwierige level gelöst ich dieses freundliche pony erinnert auch noch hin ist ja hier fast lachhaft du hast gewonnen sie sieht so aus als sei es zeit für eine puzzle pause oh bitte nicht oh wie da haben wir ein puzzle das ziel ist es den schmetterling in sein haus zu bekommen das ist doch hier das ist doch alte schule kennen wir doch kennen wir doch kennen wir doch so gar keine sache so hier alles selbst so wild so ab und servus sie lernen schilder sind knifflig da drüben da drüben fliegst du mal hier rüber ach ja stimmt du wirst das hier benötigen aha und was das will auf einmal ähm natürlich ähm versuchen wir es mal so hier hm vielleicht hier ah sehr gut klonschmetterling welcher schmetterling zum ziel kommt ah ok kriege einfach eine nach hause ok 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 so hier ok einer muss hier den knopf betätigen und der andere können wir doch hier einfach das hier einbauen und dann das dann das könnte auch klappen ja ja ok also erstmal hier so erst mal hier so er verdoppelt sich's und jetzt bricht ich immer den verdoppler oder ja sehr gut ein schmetterling ist drin sehr gut es wird nicht leichter aber auch ich würde sagen hier ich würde sagen kann es doch gleich hier aha okay Ne, suchen muss das. So, jeder kann das hier. Ah, verstehe. So, zack. Mach mal so. Doppelung. Und jetzt müsste doch hier. Was? Warte mal kurz. Ja, hier nach unten. Und dann müsste er doch die Tür aufmachen können, oder? Verdammt. Der Vater bützig und dann... Ach, hier die Tür. Also hier... Bist du doch theoretisch so hier. Ah, okay, dann musst du rüber den Knopf drücken. Verstehe. Das heißt, wir brauchen nicht hier eigentlich einen... Hm, das ist schon hier ein bisschen trichier. Was ist denn da rüber? Verdoppel dich. Bleib stehen. Du musst hier wieder rüber. Ach so, hier. Dann müssen wir den hier runterlassen. Vielleicht so. Ich versuche es einfach mal. Da muss halt jetzt noch jemand drüben sein, der... ...den Knopf betätigt. Jetzt erst mal hier den Knopf hin. Dann soll der hier weiter. Sehr gut. So klappt das doch. Einer ist im Haus. Sehr gut. Wow. Du bist wirklich... ...schlau. ...und lass uns zu unserem Abenteuer zurückkehren. Nein. Ach so. Ich würde gerade sagen, nochmal so ein Abenteuer-Modus. Ja, was? Es ist wohl das Beste... ...wenn du die... ...nicht anfasst. Aha. Okay, nicht anfassen. Die Kronen nicht anfassen. Verstehe. So komme ich zum... ...zum Ziel. Kacke. Hoppla. Der hat sich fast. Die Pinken muss wegmachen, auch die Kronen soll ich lassen. Sonst gibt es Ärger. Verstehe. Die Kronen lassen wir. Alles klar. Das kriegen wir doch hin. Die lassen wir gut sein. Und... ...hups. ...ans Ziel. Das fällt gemein, wenn sich irgendwann... ...ja. Wenn sich irgendwann hier... ...bei denen hier recht zwischenmischen würden. Verdammt. Wetter fliegen. Und die Reihe los. Alles nur grau. Verdammt. Die Pinken muss ich. Puh. Das wird schon ein bisschen tricky. Ich lasse nur in Frieden. Ja, die können wir einfach wegmachen. Das wäre wie es von da noch nicht zwischen wäre. Okay. Verdammt. Das ist doch nicht wahr. ...hinkt es immer auf. Nicht, dass ich mich in die Geräte anstoße. Verdammt. Sind wir jetzt wieder im ersten Level, oder? Ich glaube, wir sind im zweiten. So fair ist das Spiel. Ach, Dreck. Ich muss einfach den Strahl ausschalten. Ach, komm. Ist doch nicht wahr. Nur die pinken. Ach, komm. Ach, komm. Das Fliegen nicht vergessen. Und den Strahl ausschalten, wenn es vorbei ist. Hui. Wie gesagt, das ist schwerer, als es aussieht. Von mir. Sieht so ponyhaft aus. Damit ist es gar nicht. Es ist schwer, die nicht zu treffen. Ach, komm. Ein bisschen springen musste auch noch kommen. Ja, komm. Wir haben schon anderes geschafft. Jetzt gehen wir auch noch hin. Los, zwei. Schon bei der Hälfte. Ach. Das wäre klar, dass ich das nicht schaffe. Mal wieder ein Blas ausschalten. Ach, komm. Die waren zu dicht zueinander. Der flugte ich auch nicht so lassen, sonst käfen wir uns an. Diese Kreise mit verschiedenen Tonnen, das ist, das ist hart. Hier, sowas erkenne ich natürlich. Das ist klar. Damit komme ich zurecht. Und die Kreise sind dann mit den ganzen... Sehr gut. Freischalten, das vorhin, das Premium-Modus. Leg deine Stirn gegen deinen Bildschirm, um deinen Spiegel freizusetzen oder fortfahren. Mhm. Oh. Verdammt. Was bist denn du? Das wollen wir dich jetzt besiegen. Ein Heiliger. Verdammt. Besiegen wir jetzt hier Jesus. Bist du Jesus. Nach Dreck. Kinderfreundlich schimpfen wir als Zweige. Nach Dreck. Hm. Das Ding getötet. Verdammt. Das ist ein Schmetterlinge. Aufpassen, was ich mache hier. Aufhören. Verdammt. 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 Der pinken Stern muss auch noch ausweichen. Verdammt! Mit der Schmettern in den Weg. Vorsichtig! Ach, das ist wieder Multitasking gefragt. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Ach komm! Ach komm! So viel Scham wie möglich. Und jetzt hier. Oje! Ich muss durchfliegen. Hier. Ach komm! Ich muss durchfliegen. Ach komm! Ach komm! Ach komm! Ich achte da nicht nur auf die Sterne, wer schießt. Also kann ich doch nicht die ganze Zeit fliegen. Ach komm! Verdammt! Schmetterländer. Drei Sachen auf einmal beachten. Ist jetzt hier auch wirklich... ...multitaskingfähig? Verdammt! So kommen wir nicht weiter. Ach komm! Soll ich den Stern mit übersehen? ... 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 in diesem wunderhübschen Level hier. Das sieht alles so einfach aus. Spiel es mal selbst. Ihr Zuschauer denkt euch nur fast zum Hänker. Ich weiß, ich stelle mich auch bei Jump'n'Rance ein bisschen blöd an, aber... ...manchmal... Vielleicht brauche ich für eine Aufnahmepause. Und das letzte Mal auch. Ich spiele schon ein bisschen länger hier. Das andere Level habe ich auch geschafft, nach einer Aufnahmepause. So ein bisschen... Kann ich nur noch eine Aufnahmepause machen? Zurück kann ich hier gar nicht. Kaum bestimmt... Lass das Spiel ja nicht in einem Durchspielen. Ach... Multitasking... Solche Level, das ist ja... Hört... Ach Mensch... Ach Mensch... Ach Mensch... Ach Mensch, Jesus... Wieso bekämpfe ich dich eigentlich? Als Einhorn. Ja gut, ich brauche jetzt wirklich eine Aufnahmepause. Das sieht hier wirklich lange aus. Ich werde unkonzentriert. Ja... Es wird heute nichts mehr. Machen wir es mal aber anders weiter. Ich habe ja Zeit. Ich habe hier vorproduziert. Das ist ja hier wirklich... Wir haben uns Zeit lassen. Ja komm, ich bin... Ich bin mal raus. So zum Desktop. Das Sprecher und Gemäle gar nicht, aber... Zum Desktop. Über den Moment. chances sind die Schöne der Schöne... Ein Halt und der Schöne die Schöne... Achseben. Das ist ja hier. Auf den Fassel. Das ist ja hier eine Eingelung. Untertitelung. BR 2018